Grüß euch! Vor 3 Tagen haben wir noch Hochbeet gebaut. Ja, und jetzt ist der Winter da. Ist eh Zeit geworden, sind wir sehr ehrlich. Wir haben heute was, den 18. und 19. November. Ja, jetzt haben wir endlich den Schnee, den wir befürchtet haben, aber irgendwie freuen wir uns ja drauf. Bin ja gespannt, wie unsere Händler reagieren werden. Vor allem bin ich ein bisschen im Zwiespalt, weil einerseits denke ich mir, ich mache ja den Schnee jetzt nicht so. Winterdienst, ihr wisst, das mache ich auch nicht. Weil man ja sonst fahrt wird. Also ich habe kaum ein Problem damit, wenn es nicht schneit. Andererseits bin ich heute auch gespannt, wie unser Schneeschüttel funktioniert, wie sich der Traktor tut, wie unsere Händler reagieren. Ja, das ist Schnee, das ist super. Das ist Schnee, das ist super. Ja, naja. Bin mir nicht sicher, ob das so super ist. Über das diskutieren wir dann noch einmal. Und, was sagen Sie? Schrepsis. Sind Sie begeistert, ja? Ja. Ich geht. Mädels, ich verstehe euch so gut. Ich verstehe euch so gut, ich mag ihn auch nicht. Ja, der Plan war, dass wir heute einmal den Traktor ausprobieren mit dem Schneeschüttel. Also die Frage ist jetzt, ob das, was da jetzt runterkommt, ausreichen wird. Oder beziehungsweise es sich auszahlt. Unsere Sonnenblumen hat auch wenig erwischt. Die sind auch nicht ganz glücklich, so wie es ausschaut. Aber ja, gehört dazu, wie gesagt. Wir haben den 18. und 19. November. Ich werde auf jeden Fall den Traktor heute einmal starten. Wenn sie sich auszahlt, wenn noch mehr runterkommt, dann werde ich natürlich auch auch mal probieren. Einfach so, weil es Spaß macht. Erster Versuch, einfach einmal so, in aller Ruhe, ohne Stress. Ohne dass es quasi drauf ankommt. Es ist ja schon irgendwie schön. Das muss ich schon sagen. Es ist schön. Es ist im Sommer schön da hier oben und es ist auch im Winter schön. Nur die Einfahrt da unten, die ist weniger schön. Also da steht jetzt schon das Wasser. Das hat auch schon leicht angefroren. Ich finde das gar so genial, weil unsere Hände sind so, wenn du die Tür aufmachst. So schnell kannst du gar nicht aufmachen. Sind schon, dass sie sich außerdrängen und durchgezwängen durch die Tür. Und heute irgendwie so am Gotteswillen Schnee. Hucken alle bei der Tür oder und schauen bleibt. Ja, das habe ich mir gedacht. Am 19. November habe ich mich so viel gefreut, wie es schneeben hat. Ich bin sofort runter zum Traktor und dachte, alles noch einmal kontrollieren. Damit nachher ja alles passt, weil ich zum ersten Mal die Schneeschule ausprobiere. Ja, heute haben wir den 5. Dezember. Schnee, also das was ich Schnee nenne, haben wir einen Tag gehabt. Nicht einmal so richtig. Und seitdem schaut es wieder so aus. Ja, nur soviel zur Erklärung, damit ihr wisst, warum bis jetzt noch kein Video online gegangen ist, vom Schneeschule und unserem kleinen Minitraktor. Ja, also der Traktor ist da. Die Schule ist da. Meine Motivation ist da. Jetzt dürft ihr einmal raten, was fehlt. Genau. Jetzt hoffen wir einfach, dass demnächst geschneibert wird. Für morgen hätten sie den Schnee angesagt. Schauen wir einmal. Vor nicht einmal 4 Stunden war es bei uns zwar nicht so richtig schön, aber jetzt wird es richtig grauslich. Ja, schaut aus, als ob es wirklich was mit Schnee werden konnte. Gmötten so um die 10cm können zu werden. Ja, wir sind gespannt. Abwarten, bald wissen wir es. Nur einmal eine Stunde später ist es richtig grauslich geworden. Und der Nachbar war auch gerade herunten. Er ist extra runtergefahren, damit er mir sagt, dass der Schnee angesagt ist. Und ob wir eh noch genug geholt haben, weil sonst müssen wir nur rechtzeitig Bescheid geben, damit er uns was geben kann. Voll lieb. Wie immer, was soll ich da noch sagen dazu? Mittlerweile sind ja 15-20cm angesagt. Ich kann das ganz schwer einschätzen. Wir liegen da auf über 900m. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich alles vorbereitet. Ich habe noch schnell die Hände versorgt. Die sind auch schon drinnen im Stall. Fressen ganz gemütlich dahin. Der Traktor ist vorbereitet. Ich habe die Batterie nochmal überprüft und und und. Mehr kann ich ja nicht machen. So wie es ausschaut. Kann es heute oder spätestens morgen in der Früh wirklich zum Rahmen werden. Auf jeden Fall. Es ist ein grausliches Wetter. Mir ist kalt. Ich gehe wieder rein. Es gibt jetzt ein grausliches Wetter. Es hat viele Arme. Es ist ein grausliches Wetter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wohnen im Mühviertel bedeutet, dass nicht einmal die Superstraße gekramt wird, und zwar gar nicht. Und es ist jetzt 10.34 Uhr. What the fuck? Die einzige Straße, die gekramt ist, wo man auch was sieht davon, ist unsere eigene Zufahrt, die ich in der Früh mit dem Traktor gekramt habe. Da träume ich jetzt auch mit dem Handyfilmer während dem Fahren, ja, das tue ich auch, das ist ein Privatweg, das ist nichts öffentliches, da darf ich das. Aber ganz ehrlich, ich meine, es ist ja da schon nicht schön fahren, und da bin ich in der Früh geräumt. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie toll das ist, auf einer nicht geräumten Straße zu fahren. Ja, eh super. Auf jeden Fall ist das meine Zufahrt. Bin begeistert. Wenn ich in der Früh nicht geräumt hätte, hätte man da jetzt überhaupt keine Chance. Na ja gut, was soll's, ich packe den Traktor aus, legt's mich doch, das ist die Wütnis pur da oben. Alles klar, bis nachher. Es ist schwierig, weil der Untergrund so uneben ist, ihr seht, da die Erde durchgekommen, weil die Vorspuren einfach tiefer sind, als der Müll. Der Mittelstreifen. Lass sie vermeiden. So gesehen ist es aber ganz gut, wenn man nicht geräumt wird, weil dann wird ja gleich planiert. Ja, unser Schügel wird gescheit leiden da am Anfang, das ist halt so. Ist halt nicht zum Ändern. Auf jeden Fall haben wir gescheit geräumt, und das innerhalb von Minuten. Wenn jetzt noch abklären, was mit der Gemeinde los ist, ob die überhaupt räumen die Straßen, also nicht unseren Weg, sondern die Straßen selber. Weil es schaut aus wie Wendern und nichts passiert mir. Keine Ahnung. Abklären darf man es auf jeden Fall, damit wir Bescheid wissen. Wir werden auch abklären, ob wir selber die Stücke räumen dürfen auf der Straße. Es stört mich ja nicht. Ich bin ja nicht zu weit zum Arbeiten, es stört mich auch das bisschen Sprit und Zeit nicht oder so. Ist mir alles wurscht. Nur die Frage ist, darf ich es überhaupt? Ich sage das deswegen, weil ihr wisst, wir machen eine Objektbetreuung. Und da habe ich einmal, weil ich nicht war, neben der Straße mitgemacht, bei einem Grundstück von einem Kunden. Und daraufhin hat die Gemeinde gemeint, das dürfen sie ja gar nicht. Das ist Gemeindegrund. Ich sage, ja und das war ein Brennnessel und grausliches Klumpert und wir haben ordentlich ausgeputzt, also sprich Müll entsorgt. Haben es Unkraut entfernt und das auf einem Streifen von, weiß ich nicht, 15 cm und 5 m lang. Oh, aber das dürfen sie doch gar nicht. Na gut, dann nicht. Jetzt fragen wir halt nach. Aber, ja, ihr seht, da gestern, es ist schon ganz anders. Ich bin fast eine Tour gekommen. Es wird mir echt schwer da. Das Auto hat gut geliebt. So, stellen wir einmal an. Ja, also der Boden ist gatschig, weich, grauslich. Auch, wo ich gerade geräumt habe, auch ja, kommt der Dreck durch. Ihr wisst, da ist schon planiert und da haben wir schon dieses Schollergedöns rein getan. Da oben, mein Dachfenster, super. Ehe ganz toll, was soll ich sagen. Also, mein kleines Büro hat nicht einmal mehr ein Tageslicht jetzt. Aufmachen träume ich jetzt nicht. Ja, es ist wunderschön, man schaut sich das bitte an. Es ist doch wirklich wunderschön, ne. Postkartenwetter, würde ich fast sagen. Ab und zu Fall wieder war Schnee runter. Und dann rührt sich wieder was. Dann sieht man wieder mehr Eichkatzl, wo durchgeruschen. Es ist echt wunderschön. Ja, das ist mir nicht weniger schön, wenn du auf der Straße nicht mehr fahren kannst. Und wenn du dann einfach Probleme hast, dass du überhaupt zur Einfahrt kommst, ne. Die Einfahrzeug ist unser Problem. Das geht schon mit dem Traktor, das ist super. Ja, das soll ich es? Hm. Was soll ich jetzt sagen? Also, ich habe nichts zum Bemängeln. Das Schüdelpasst. Es ist die Joystick-Geschicht ein Wahnsinn. Also, ich freue mich total drüber. Weil einfacher ist, dass du einfach beim Joystick rechts links auf und runter machst. Ja. Was willst du denn noch mehr? Funktioniert da los. Was ein bisschen umständlich ist. Und das habe ich am Anfang echt nicht so im Kopf gehabt. Ist das Schalten, ne. Ist aber das Rückwärtsfahren wirst. Gangeinlegen. Das Getriebe, ich sage es nur einmal. Ist nicht synchronisiert. Ich habe das schon einmal erwähnt. Das heißt, ab und zu hagelt ein wenig, ab und zu dauert einmal Sekunden. Ist nichts... Jetzt kriege ich den Schnee ins Knack. Viel Teibe. Wo war ich? Ja, genau. Also, es ist nicht synchronisiert und dann hagelt es halt einmal. Das ist nicht wütend, das ist nicht schlimm. Es ist ungewohnt, ja. Man muss wieder einfach vom Auto... Das ist nur zur Automatik, unser kleines Scheißerl. Ja. Das ist natürlich auch so eine Sache. Automatik fährst und dann fährst den Traktor. Lustigerweise. Von Automatik auf dem Traktor, auf dem Schalter. Kein Thema. Aber vom Traktor wieder ins Auto. Das Auto lenkt sich schwerer. Und hat vor allem den Schalterhüben nicht da unten. Aber die größte Umschlag ist, ich will immer Kuppeln. Also, mein linker Fuß. Den muss ich dann jedes Mal lernen, dass er ihn ruhig hält. Naja. Dauert immer so, weiß ich nicht. Ein, zwei Kreuzungen oder so und dann hab ich es wieder. Eigentlich ganz lustig. Aber wie gesagt, es ist einfach wunderschön. Und mir taugt es da herum. Das Schneeraum funktioniert für uns wirklich tadellos. Auch unsere Abfahrt, die ja ein bisschen blöd ist. Man sieht da jetzt gar nicht, wie steil die eigentlich ist. Aber die ist wirklich blöd zum Fahren. Wir wissen mittlerweile, dass da schon einige Autos hängen geblieben sind. Gibt es ganz tolle Geschichten vom Nachbarn. Da hat schon einige Leute da aus. Da sind nämlich von unten. Die sind abgefahren in den Garage. Und sind nicht mehr rauf gekommen. Tja. Ist uns noch nicht passiert. Und sonst hätten wir einen Traktor zum Auffahrschleppen. Müsst nicht eigentlich funktionieren. Ja. Erstes Fazit zum Solis mit dem Schneeschild. Lasst sich super weich steuern. Ist echt toll. Also richtig exakt steuerbar. Lasst sich auch gut heben, senken. Da gibt es überhaupt kein Problem. Das Fahren ist tadellos. Also wir haben jetzt so, ja, für einen 10-20 cm Schnee gehabt maximal. Da geht das. Da haben wir jetzt nicht so ein Riesenproblem. Bei mehr Schnee, sprich wenn er höcher ist, glaube ich werden wir Schneeketten brauchen. Das haben uns alle von Anfang an gesagt. Schneeketten wären nicht schlecht. Tja. Ich sage einmal so. Ich bin jetzt problemlos durchgekommen. Also auch da am Rand, wo sich etwas aufgeschoben hat. Ist gar kein Problem. Auch da rauf. Ich habe in der Früh schon geräumt. Auch kein Problem. Aber bei mehr als 20 cm. Muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht, ob das noch gut geht. Das heißt Schneeketten werden auch noch auf der Wunschlisten landen. Oh, da biegt es ja Bams. Das gefällt mir gar nicht. Rät der Wind ein wenig. Nicht mehr ins Knack, bitte. Ich darf es raten, wo es hingegangen ist. Eh super. Ich habe mir ein gutes Stück ausgetan. Ja, also Praxistest bestanden. Solis 26 funktioniert besser als erwartet. Was heißt besser als erwartet? Ganz einfach. Ich habe mir nichts schlechtes erwartet. Sondern ich war einfach unsicher. Weil er doch klein ist und nicht so wahnsinnig viel BS hat. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich gewusst, dass er auf mich zukommt. Ich habe gewusst, okay. So herumfahren, Halt machen und so. Alles tadellos. Schneeschüttel, weiß ich aus Erfahrung, ist noch meine eigene Geschichte. Da hat dann gleich mal einen Druck vorne drauf. Also da schiebst du sogar ein paar schönes Gewicht von dir her. Und da war ich mir eine Befürchtung, dass es vielleicht an die Raum durchgehen. Aber bis jetzt kein Problem. Ja, das war einmal ein bisschen mehr Schnee. Und dann schauen wir weiter. Eine Info vielleicht noch, falls ihr auch wegen so einem Traktor überlegt. Wenn ihr die landwirtschaftliche Bereifung oben habt. Und der Boden weich ist. Dann schaut das dann auch so aus. Ihr wisst vielleicht schon von unseren anderen Videos. Wir haben einen sehr weichen Boden. Und entsprechend graben wir um, wenn wir den Traktor rüberfahren. Also ich sage einmal. Für den gemütlichen Rasen vor der Tür ist das Gift. Bei uns ist das wurscht. Das ist nur die Abfahrt zum Wald. Das heißt im Frühling, wenn wir das Ganze schön wieder gerad machen. Planieren. Ein bisschen Material drauf schütten. Das übliche halt. Aber das sollte man vielleicht bedenken. Dafür kommt auch ein gut voran der Traktor. Also ich habe nicht überhaupt kein Problem gehabt mit durchdrehenden Raffen oder so. Wenn ich die Rasenbereifung oben gehabt hätte. Na ja, ihr könnt euch das zirka vorstellen. Bei 20 Meter Schnee. Kannst ihr es gleich lassen. Ohne entsprechende Ketten. Mitkennen schaut es wieder anders aus. Ist auch klar. Ketten haben wir dabei noch keine. Also das vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Falls ihr vorhabt euch so einen Traktor anzuschaffen. Zu gestern habe ich noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar habe ich ja gesagt. Wir fragen bei der Gemeinde, ob man die Straßen auffällt. Bis zur nächsten größeren Straßen selber rammen dürfen. Und nun bevor wir ausgesprochen haben. Hat die Gemeinde schon gemeint. Ganz netter Mitarbeiter übrigens. Überhaupt kein Thema. Sie sind sogar froh, wenn wir mithelfen. Sie sind über jede Hilfe von Anwohnern froh. Weil sie können noch nicht überall gleichzeitig sein. Also in Zukunft werden wir einfach die Straßen. Sprich von unserer Einfahrt bis zur nächsten größeren Straßen. Weil der erste Teil ist ja ein Güterweg. Sind so zwei Kilometer umeinander. Und den Teil werden wir, wenn es nötig ist, einfach mit dem Traktor selber rammen. Ihr wisst, wir müssen berufsbedingt oft sehr sehr früh los. Und wir erwarten natürlich nicht, dass um halb fünf Uhr in der Früh schon alles perfekt geräumt ist. Für uns heißt das. Ich schaue einfach wie es ausschaut. Räume die Einfahrt selber frei mit dem Traktor. Und dann fahre ich halt die zwei Kilometer auf und wieder zurück. Mit einmal hin und einmal zurück ist es eh super geräumt. Mehr brauchen wir nicht. Die paar Nachbarn, die wir haben, werden sich auch darüber freuen. Da bin ich mir sicher, wenn sie auskennen. Ja, und dann haben wir ein Problem weniger. So einfach kann es sein. Ich sage es nur einmal, super Kontakt zur Gemeinde. Total freundlich und auch sehr hilfsbereit. Man muss dazu sagen, ich habe es sogar nicht glauben können. Sie haben sogar gesagt, wenn wir dringend aus müssen. Oder wenn wir wissen, dass wir an einem bestimmten Tag sehr spät oder sehr früh einen Termin haben. Dann darf man sich sogar melden. Und sie schauen dann, dass die Termine entsprechend einteilen. Dass dann früher oder später geräumt wird bei uns. Ja, bei uns hat es schon wieder einmal ein bisschen Tagwetter eingesetzt. Ihr seht, der Teich ist zugefreut. Aber da wo ich geräumt habe, da kommt es zum Teil wieder grün durch. Ich bin da herum in meinem Büro. Dachfenster ist mittlerweile auch wieder frei. Aber das ist kein Wunder. Das liegt an der Heizung, weil sobald ich einheizt, schmilzt der Schnee sofort. Ihr wisst, Dämon gibt es bei uns natürlich keine. Ich bin da, ich bin da. Vielen Dank.